Ich arbeite in der Handelsagentur Seehafer und bin eben halt Geschäftsinhaber. Ich vertreibe überwiegend Premium-Süßwaren, also keine Konsumwaren, sondern Premium-Süßwaren für den Fachhandel und Bio- und Fat-Trade-Produkte. Und da wirklich von der Trockenkonserve bis hin zum Wein, alles. Das Besondere ist, ich verkaufe die Ware unter den Namen der Hersteller. Ich vermarkte keine Dachfirmen, ich kann jetzt keine Beispiele nennen, aber ich verkaufe Ware unter den Namen der Hersteller. Das heißt, der Kunde kann sehen, wer ist der Hersteller, wo kommt die Ware her. Und weiß nicht, oder weiß jemand genau auch, das sind Produkte eben made in Germany.